Sehr geehrte Frau Stadtverordnetenvorsteherin, sehr geehrte Damen und Herren, Kasseler Linke wird, wie Sie wahrscheinlich anders erwarten, es abnehmen, dass das Gebiet in ein Industriegebiet als Industriegebiet ausgewiesen wird und damit die Möglichkeiten für höhere Schadstoffe und Emissionen freigegeben wird. Erstens, weil wir ohnehin nachvollziehender davon sind, dass diese ökologisch zu wertvolle Fläche überhaupt zum Gewerbegebiet wurde und wir auch nach wie vor bezweifeln, dass es zur Schaffung neuer Arbeitsplätze dient, sondern eher bisherige verlagert und deswegen werden wir den Antragsviso abgehen. Der zweite Punkt ist aber auch, dass Bebauungspläne hier aufgestellt werden, um den Rahmen und damit auch die Grenzen aufzuzeigen, weil ein Gewerbebetrieb zieht eben nur Gewerbebetriebe vor und Bebauungspläne sind ja genau dafür gedacht, dass die Betriebe auch vorher wissen, was geht und was nicht geht und sind nicht dafür gedacht, dass sie dann geändert werden, wenn die Grenzen nicht eingehalten werden. Im Ausschuss hat auch Herr Neuler gerade nochmal bestätigt, wird die Änderung als rein formal abgetan und gesagt, dass die Änderung eben notwendig sei, weil das Regierungspräsidium die Genehmigungspraxis geändert hat und wörtlich heißt es ja auch in dem Antrag, es wird ausschließlich beabsichtigt, dass emissionsschutzrechtlich genehmigungsbedürftige Anlagen auch planungsrechtlich zweifelsfrei und ohne Einschränkungen zulässig werden. Und das ist durchaus eine Änderung und sie ist auch nicht nur formal. Und man muss sich doch auch fragen, warum das Regierungspräsidium die Genehmigungspraxis geändert hat und ob es vielleicht auch daran lag, dass sie vorher zu Last waren in Bezug auf den Umweltschutz. Ich begrüße es, wenn es tatsächlich so einig wird, wie angekündigt, dass im Prinzip die gleichen Grenzwerte gelten sollen, wie in dem Gewerbegebiet. Das werden wir dann ja erst sehen. Aber ganz offensichtlich ist es, und das ist auch der dritte Punkt, warum wir heute auflegen, dass wir die Entscheidung heute treffen, offensichtlich nicht gelungen, die direkten Anteil einzubeziehen und zu informieren. Beschweige, dass wir uns überzeugen, der Ortsbeirat hat ja nach wie vor viele offene Fragen auch im Ausschuss ja gesagt, dass das Regierungspräsidium auf einer der nächsten Ausschusssitzungen kommen wird und Stellung beziehen wird. Das begrüße ich auch, aber das ist eben erst nach dem Beschluss heute. Also von daher hätte ich es besser gefunden, wenn man dann auch über den Offenlegungsbeschluss dann erst beschließt. Denn den Weg macht man ja heute schon dafür rein. Auch die Bürgerinitiative Langes Feld hat sich ja reaktiviert und kritisiert die Änderung, weil sie eben befürchtet, dass es zu einer massiven zusätzlichen Umweltbelastung führt. Das wird in weiteren Verfahren auch beschließen sein, wenn es denn so ist. Ich hoffe, dass es so ist, aber im Moment ist erstmal der Offenlegungsbeschluss dann gefällt. Und die Bürgerinitiative fordert ja auch, dass eben die Grundlagen der Planung eingehalten werden und auch die Ablehnungsgründe des Regierungspräzidiums offengelegt werden. Und sie wollen natürlich auch wissen, mit wie viel mehr Schadstoffen maximal, also wie viele den Bürgern zugemutet werden. Und da wäre es einfach kurz gewesen, man hätte nicht das Überwachungsstrategie gewählt, sondern würde ein bisschen Tempo rausnehmen, zuerst Informationen geben, tatsächlich die Dialog suchen und dann auch erst in dieses Beschlussverfahren kommen, auch wenn ich weiß, dass er jetzt noch beteiligt wie man steht. Und wenn manche von euch das Flugblatt der Bürgerinitiative bekommen haben, das ist ja heute auch am Ratus verteilt worden, wird dort ja auch kritisiert, dass die Stadt keine Faktus, sondern eher eine Verschleierung betreibt, um den Städten einen Grundstücksverkauf mit freiheitlicher Planung anzukurbeln. Und das Signal an die Betriebe, finde ich, ist da auch, und das ist leider nicht das erste Mal an die Betriebe, was nicht passt und passend gemacht wird, dann endet man eben den Bebauungsplan. Deswegen sind wir das skeptisch, sind gespannt auf das Werkstattgefahren und hoffentlich die Versprechungen dann eintreten, die gemacht werden sollen. Erholung auf das Wort.